Und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Auffassung, die Abloh 3, AdGor, wie sie sie, wie sie wie den AdGor, irgendwo? Ich bin Iron Man! Du bist nicht Iron Man! Wie? Nein! Der Helm sieht aber so aus wie, der kommt von Iron Man, Mann! Kommt du Steff, der sieht aus wie Iron Man, gibst doch einfach zu! Nein! Steff! Nein! 4.000er Kritschen, sind hier kaputt! Finke Wolke! Achja, das ist immer doch so gut! Finke Wolke! Niemand kann mich aufhalten! Niemand kann mich aufhalten! Ich bin Iron Man! Okay, Iron Woman! Ich wollte gerade sagen, A, bist du eine Frau und B... Nein! 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 Der Therapeut hat gesagt, ich soll mich viele Apps verwirklichen! Ich... Haha! Ich selber, ich selber verwirklichen! Und wenn er sagt, du sollst von der Klippe springen, springst du auch von der Klippe? Ja klar! Ja klar! Gott, ich muss den Therapeuten bezahlen! Der ist schon bezahlt von Mama! Ja, ich glaub, ich mein aber auch anders bezahlt! Nein! Der wird mich dazu nicht bringen, von der Klippe zu springen! Und wie ist der Effekt? Und so fick finde ich ne Voodoo-Maske! Was ist denn hier kaputt? Ich habe Eingang gefunden! Habe ich geltet! Ich brauche mehr Zeit! Ich brauche mehr Zeit! Ich brauche mehr Zeit! Wo ist denn hier wieder? Der... Schwirren doch! Warte, solange der nicht irgendwie noch Arkaner zu hat, ist mir das egal ey! Oder so Einfrieren und so Geschichten ey, Einfrieren macht ja auch Schaden ey, kein Bock drauf. Jungen, auf die Fläche habe ich auch keinen Bock drauf. Merk schon, Mörser und Blocker. Wieder ein Legendary Plan. Warte mal, welcher? Jungen? Ja. Rose, oder? Nee, ist ja komplett. Das komplette Hit ist damit her gemeint. Ja, Rose, Kopf, Anschluss. Ja, ja. Habe ich an. Ernsthaft, du hast das komplette Hit an? Ja. Ja. Aussehen. Ich habe gerade ein Legendary gekriegt. Und das ist eine Krone. Scheiße. Ich weiß nicht, sie brauchen eine Krone. Ob ich sie schlecht mit Stärke oder so. Ach nein. Ja, nee, ist klar. Du bist so eine Drecksau wie so. Könnte ich da nichts für. Junge. 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 Dann kann ich ganz leicht wieder füllen. Ja. Voll, einfach nur wieder Stinkgeräusche. Ey, lass mir den Stinkgeräusche in Ruhe. Du bist so ein bis ins Bett weg. Das ist aber so. Was hab ich denn gemacht? Ach, Junge. Nein. Ja, lecker. Och, auch noch abschiehen, weißt du? Da, uns. Putz, diga. Putz, juhu! Das ist nicht bei you kids, man. Ja, das ist, äh, einfach blöd ist das. Putz, juhu! Klar, stell. Ich glaube, der Doktor kommt gleich. Ne? Ne! Boah! Junge, halt die Kretze! Er hat doch so eine komische Fahrst... Fährt jetzt eine Fahrstunde? Oder geht's in Fahrstunde? Hat er eine Nachtfahrt oder zwei? Macht die komplett hintereinander, beide, glaube ich. Wann hat er denn die Prüfung? Weiß ich noch nicht. Das ändert sich ein bisschen immer. Je nachdem wie der Fahrlehrer seine Dings hat. Nicht. Hm. Jetzt warte halt! Was denn? Ja. Hier sind wir richtig. Ich, äh... Lass die Graunsachen liegen, verdammt. Eine Option dafür reinmachen, dass man die Graunsachen gar nicht mehr sieht, wenn sie auf den Boden fallen. Ja, das müsste die Graunsachen gehen. Aber ich müsste es schon. Der Typ stimmt, stell. Der Typ stimmt. 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 Ich glaube das nicht. Subtitelung Und dann gibt es noch mehr Lieder. Oh, das ist ja wahr. Das war jetzt noch einer. Ah, nicht pumpen. Oh, die Christoph. Die Wolke. Run, bitch, run! Ist doch wahr! So schnell wie wir rennen! Renn, 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 renn! Ah, das ist um die Hüte gewesen. Du wuschkacke! Du hast ganz viele Freunde gefunden, ne? Hör mir! Ich geh ja auch den ganz harten Shit hier! Platz, komm! Das ist auch schon mal kaputt! Los! Kaputt, wir machen alles kaputt! Das sind die Liede! Oh! Nun, das gibt's hier aber auch wirklich, das ist nicht gar nicht, ne? Ja, das kriegt man auch hart aufs Maul mal! Dumm! Da weiß ich es! Gated! Clever gay! Oh, Legendary! Schau wieder das Rezept! Das Spiel ist scheiße! Wir müssen noch runter! Ah, ich hab das Rezept noch nicht, äh... Ich hab das auch Freunde gefunden, schnell! Hm... Wir machen doch noch ein bisschen, gönnen! Nope! Warum nicht? Weil ich das sag! Warum bist du so? Weil ich es kann! Weil ich es kann! Weil ich es kann! Weil ich es kann! Nein! Warte mal auf mich! Ey, ich weiß nicht, wo du bleibst! Mann, noch Viecher! Warte doch halt einfach mal! Das ist doch wirklich selbstgefühlen! Ich hab ja jetzt! Was? Mann, puh! Mann, puh! Oh, das ist auch... Okay. Was haben wir noch? Bitte. Oh, wir schaffen, wir bist die Bestie. Das ist die Bestie Schaffe, das ist locker noch. Im nächsten Fall können wir uns wieder zurückstellen. Asmodan. Asmodan. Hm? Asmodan. Nee, erstmal Asmodan, dann der Väter. Asmodan, dann der Väter. Es kommt noch seine komische Konkubin und Tante. Er kann sich wieder mit den Ewigkeiten brauchen. Ganz komischen Ebenen dazwischen, ne? Da. Wir sind schon da. Sind wir schon da? Ja. Ohne Rohr. Putzdinger. Hey. 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 Die macht Schaden. Jetzt wird mir nämlich in der Hand nehmen. Oh nein, die Wald verzüttelt uns gleich. Fähig. Das ist so kratzend. Gut, ich kann nicht wissen. Ich wusste das. Wir lassen die nächste Ebene und dann... Abmach. Wir sind Zeit haben wir noch. Wir sind Zeit haben wir noch. Heal. 3. Okay, dann töten wir noch ein bisschen. Komm. Hey. Schubsen. Tssst. 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 Tsssos. Tssst. Check. Tssst. 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 jetzt bleib doch mal stehen du bist die Kacken, ey ich hab den richtigen Weg gefunden so gut wusste auch wo es lang ist genau ah, Webs sind immer gleich aufgehauen weiss ich bin ein bisschen noch, noch eine Niete? ja, ey, du hast eines vergessen ich weiß aber, noch eine Niete, aber ich kann nicht mehr fahren ich kann nicht mehr fahren